Entschuldigung, ich hätte da mal so eine generelle Frage zu Rauchverbot an Tankstellen. Wenn jemand aus der Seen, also ich meine durch reinen Zufall, also wenn eine Person rein zufällig, ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz, vergessen hat, dass an Tankstellen Rauchverbot gilt. Ist diese Person dann dafür haftbar oder ist das, keine Ahnung, Kulanz? Ich frage für eine Freundin. Ich frage für eine Freundin.